Guten Tag und herzlich willkommen in diesem Kurs. Heute behandeln wir das Thema, wo und wie treffe ich auf meinen zukünftigen Arbeitgeber. Wie wir im letzten Kurs bereits gesehen haben, sind Netzwerke immer wichtiger. Das heißt, sie haben immer mehr Bedeutung. Netzwerke wie Xing, LinkedIn und Viadeo. Sie haben vielleicht seit dem letzten Kurs ein Profil erstellt in einem dieser Netzwerke und konnten bereits Kontakte knüpfen. Darüber hinaus bieten diese Netzwerke aber auch Gruppen an, denen sie beitreten können. Entweder bestimmte Fachgruppen oder Gruppen, wo sie sich einfach nur austauschen können oder frei reden üben können, wie bei den Toastmasters. Es gibt über diese Netzwerke auch Veranstaltungen, Stammtische, Konferenzen, Frühstücksrunden, ganz beliebt in Paris. Und zur kleinen Anekdote, Eurojob Consulting war vor zehn Jahren einer der ersten Initiatoren dieser monatlichen Treffen. Es gab Treffen in großen Städten, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. In Frankreich waren diese Treffen in Paris, Lyon und Toulouse und gaben unseren deutsch-französischen Kandidaten die Möglichkeit, sich einfach über ihre Erfahrungen auszutauschen auf dem französischen Markt oder auch auf dem deutschen Markt. Es war eine sehr schöne Initiative und wurde heute von vielen anderen Gruppen übernommen. Es gibt dementsprechend Gruppen für den Digital-Media-Bereich oder den Modebereich oder auch für Logistiker. Eine andere Möglichkeit, wie sie ihren zukünftigen Arbeitgeber treffen können oder wo sie ihn treffen können, sind Hochschulnetzwerke. Hochschulen organisieren ebenfalls Veranstaltungen und Vorträge, aber Hochschulen organisieren auch Karriereforen. Und dies nicht nur für Absolventen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die European Business Studies in Paris, eine große Business High School, bietet einmal im Jahr ein Karriereforum für 100 Firmen an, die ausstellen können und die versuchen können, das Interesse von Absolventen auf sich zu ziehen. Das heißt, diese Firmen sind da und sind bereit, Informationen zu geben über ihren Wirkungskreis, über die Fachbereiche und über die Einstiegsposition. Ein weiterer Punkt, wo man seinen zukünftigen Arbeitgeber treffen kann, sind Fachmessen. Fachmessen sind große Tummelplätze für Firmen aus einem Fachbereich oder für bestimmte Berufsgruppen. Hier haben sie alle Anbieter an einem Ort. Das ist ideal, wenn man Mitbewerber anschauen möchte, sich einfach nur über den Markt informieren möchte oder einfach mit Kollegen oder Ex-Kollegen sprechen möchte. oder über Projekte sich informieren möchte. Es gibt hier zum Beispiel aus dem Tourismusbereich die Topresa. Es gibt aus dem Lebensmittelbereich die Cial. Und für den Design und die Dekoration gibt es in Paris des Maisons et Objets. Das sind alles Fachmessen, die in Paris-Villepin, an dem großen Ausstellungsgelände, initiiert werden und dort jährlich stattfinden. Ein anderer ganz wichtiger Punkt für Ihre Jobsuche und wo Sie Ihren zukünftigen Arbeitgeber kennenlernen können, sind Jobbörsen. Jobbörsen bieten Firmen die Möglichkeit als Aussteller zu fungieren. Das heißt, meistens haben diese Firmen einen konkreten Personalbedarf, offene Positionen, wie zum Beispiel auf der Connecti, die wir gemeinsam mit La Villa zweimal im Jahr organisieren und die in Paris und in Köln stattfindet. Hier haben Sie die Möglichkeit, auch Firmen zu treffen, die konkreten Personalbedarf haben, zum Beispiel in Frankreich oder in Deutschland. Und Sie können sich auch zudem bei den Firmen informieren über Ihre Organisationsstruktur, über Ihre Entwicklungsplanung, die Expansionsgeschäfte oder ähnliches oder die Kreation von neuen Filialen. Dies ist sicherlich sehr interessant und gibt Ihnen Aufschluss über diese Firmen und die Entwicklung dieser Firmen. Der zweite Punkt dieses Kurses heute betrifft das Thema, wie überzeuge ich meinen zukünftigen Arbeitgeber. Es ist ja nicht immer ganz einfach, sich in einem anderen Land zu bewerben und dann auch in einem Bewerbungsgespräch zu bestehen. In Frankreich ist es ganz, ganz wichtig, einen kohärenten Lebenslauf zu haben. Das heißt, einen Lebenslauf, der Ihre Kompetenzen deutlich klar macht, aber auch, wo die Berufserfahrung sich aufeinander aufbaut und wie ein roter Faden sich Ihre Kernkompetenzen durch den Lebenslauf ziehen. Dies ist ganz, ganz wichtig, weil in Frankreich halt nicht die Möglichkeit besteht, eine Bewerbungsmappe zu verschicken, sondern der Lebenslauf auf zwei Seiten ist. Auf der anderen Seite ist in Frankreich aber auch üblich, dass man einen Lebenslauf auf einen bestimmten Fachbereich münzen kann. Das heißt, wenn Sie Erfahrung haben im Marketingbereich und im Vertriebsbereich, haben Sie die Möglichkeit, einen marketingspezifischen CV zu machen oder einen vertriebsspezifischen Lebenslauf. Dies ist ganz wichtig, um einem französischen Arbeitgeber zu überzeugen und klar zu machen, dass Sie die richtige Person für den Job sind. Ein weiterer Punkt, wie ich meinen zukünftigen Arbeitgeber überzeugen kann, ist sicherlich professionelles Auftreten. Höflichkeit, Respekt, aber auch Ihre interkulturellen Kompetenzen sollten Sie hervorheben. Sagen Sie, dass Sie zwar für ein deutsches Unternehmen heute arbeiten, aber dass Sie ausschließlich mit französischen Kunden zusammenarbeiten. Dies ist sehr wichtig, selbstverständlich auch Ihre Sprachkenntnis. Sie haben vielleicht schon Übersetzungen getätigt. Das alles sollten Sie mit anbringen. Ein weiterer Punkt, wie Sie Ihren zukünftigen Arbeitgeber überzeugen können, ist, indem Sie sich gut auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten. Gucken Sie sich ganz in Ruhe die Firmenwebseite an, die Produkte, die Umsatzentwicklung des Unternehmens. Dies macht immer einen sehr guten Eindruck und gibt Ihnen auch die Möglichkeit, die Informationen, die Sie vom Arbeitgeber bekommen oder von Ihrem Gesprächspartner bekommen, besser einordnen zu können. Häufig ist es in Vorstellungsgesprächen auch so, dass nachdem Sie Ihren Lebenslauf ein bisschen rezitiert haben und man über Ihre Position gesprochen hat, die Firma Sie fragt, was wissen Sie denn über uns? Und da reicht es nicht zu sagen, Sie sind ein großes Unternehmen, haben hervorragende Produkte und Ihre Produkte werden auch im Ausland sehr gut gekauft. Nein, da müssen Sie schon ein bisschen intensiver nachschauen, wie ist die Entwicklung der Firma, was wurde in den letzten Jahren an Produkten entwickelt? Wo geht die Reise hin? Ist es eher nach China oder nach Südamerika? All diese Informationen sollten Sie haben und natürlich auch spezifische Informationen auf die Position, für die Sie sich bewerben, sei es in der Forschung und Entwicklung oder im Vertrieb. Ein weiterer Punkt zu dem Thema, wie überzeuge ich meinen zukünftigen Arbeitgeber, sind Fragen, die Sie stellen können und sollten. Stellen Sie Fragen zur Position, zur Anzahl der Vertriebsmitarbeiter, die im Unternehmen arbeiten, zum Umsatz, vielleicht zum Umsatz, der erwartet wird von dem neuen Vertriebsmitarbeiter, zu den Kunden, mit wem arbeitet diese Firma spezifisch zusammen, wer sind die Mitbewerber, all das gibt Ihnen die Möglichkeit herauszufinden, ob der Job überhaupt zu Ihnen passt und die Aufgaben und der Aufgabenbereich, das ist, was Sie gerne in Zukunft machen wollen. Und dem Arbeitgeber gibt es ein gutes Feedback, dass Sie Interesse an der Position zeigen und neugierig sind und einfach auch Initiative ergreifen. Der letzte Punkt zu diesem Thema, wie überzeuge ich denn nun meinen zukünftigen Chef, ist das Interesse, das man zeigen muss, nicht nur für das Unternehmen, aber auch für die Entwicklung des Unternehmens, für Expansionsvorstellungen für den Osten. Zum Beispiel hat die Firma eine Möglichkeit in Polen eine Filiale zu gründen und Sie können sagen, dass Sie bereits schon in der Ukraine gearbeitet haben. Somit können Sie Brücken schlagen zu Ihrer persönlichen Erfahrung und den Erwartungen der Firma. Das zeigt aber auch, dass Sie heute schon beurteilen können, welche Kompetenzen im Unternehmen gefordert werden und das ist ganz, ganz wichtig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.